und auf zu einer neuen runde was total irritierend ich wollte gerade schießen und dann sehe ich auf einmal mein mein zielfernrohr das jetzt absolut neu ist die ganze zeit mit der anderen knarre geschossen haben ist auch nur eine einschlusswaffe das ist ja aber ich muss sagen die ist wahrscheinlich von der von der kraft von der geschwindigkeit ja auch gar nicht verkehrt also wenn die trifft dann trifft die richtig ja und das geht schon ich mag die ganz gern munitionen so ich löse das mal eben mhm müssen aufpassen draußen ist wieder eine saatmama da gibt es noch munitionen hier auch oh das ist ja richtig weit wenn wir uns gegenseitig hier immer was munition geben ok wir müssen eigentlich lang kann sein dass rechts gleich die mama ist sie scheint auf dem dach zu sein hier ist sie oh oh mein gut ok diese einschlusswaffe ist echt gewöhnungsbedürftig ja da ist noch eine mutti oh die ist aber super getroffen oh da unten ist noch eine alter ein schuss und die fallen um was hast du für eine knarre die gleiche wie du musst du nur kopf treffen boah das ist ja heftig warte die saatmutti hat den kopf ja immer so ein bisschen quer hängen ich sag deswegen schreit die auch immer so aber ich hab immer gesagt saatmutti lass den kopf nicht hängen aber ja weißt die hört nicht auf dich ne ne absolut nicht dann lief sie mich immer mit befliegen weil sie mich nicht mag aber bis jetzt haben wir in jeder runde kohle gemacht das fand ich schon mal ganz gut das stimmt oh diesmal gibt es auch nur einen das ist wieder der meuchler ja und man hört von den gegnern nicht fliegen mhm was hat man die schlossen ja mit den gegnern ist so ne sache also wenn die auch diese leisen waffen benutzen dann kannst du echt glück haben dass man sie noch sieht bevor sie einen abballern wobei die leisen waffen halt nicht so viel dampf haben na ok wenn die dich am kopf treffen dann kannst du echt glück haben wo ich hör immer bam bam oh 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 der wird schon verbannt mhm ok müssen wir da mal hin oder ja wir müssen da hin denn alles andere macht keinen Sinn mhm 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 mhm